Herr Voss, husten Sie einmal bitte. Ja. Schauen Sie einmal zur Wand. Noch einmal, noch einmal zur Wand schauen. Nochmal hinlegen. Sie haben eine... Ja, tut mir leid, aber... ...dass ich jetzt lachen muss, aber Sie haben lediglich eine Sehnescheitentzündung. Ich habe eine Salbe, die ich Ihnen verschreibe. Für den Brustkorb. Schauen Sie. Sehr unangenehm. Ja, ist unangenehm. Sehr unangenehm. Unangenehm. Sehr unangenehm. Ja, unangenehm. Eine unangenehme Salbe. Eine unangenehme Salbe. Das macht 80 Mark. Bar? Bar. Bar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.